hast du das auch erlebt du bist einem mann einer frau begegnet einem ganz speziellen seelenpartner zuerst wusstest du nicht was es ist dann hast du dich rein belesen videos gesehen und dann war dir klar ja das ist meine dual seele das ist er oder sie das ist dieser mann diese frau auf den ich so lange gewartet habe und dann die zeit vergeht du tust du machst du versuchst alles damit die beziehung in gang kommt und trotzdem es geht und geht nicht voran und dann irgendwann im lauf der zeit schleicht sich in deinem gehirn der gedanke ein ja das kann nicht meine dual seele sein das kann es nicht sein auch nicht mein seelenpartner weil wenn er oder sie es wäre dann wären wir doch schon längst zusammen und würden glücklich und erfüllt zusammen leben doch warum genau das nicht so ist warum du auch diese zweifel immer wieder mal hast genau darum geht es in dem video bis gleich deine helga herzlich willkommen zu diesem video dass ich als überschrift nennen möchte am liebsten der stetige zweifel am wahrhaftigen seelenpartner weil ich habe das selbst auch am anfang erlebt und ich höre es immer wieder in den gesprächen die ich ja tagtäglich führe irgendwann kommt der tag an dem der zweifel stärker ist als die vision wohin zu gehen hat und dann in dir der gedanke auftaucht nie also das kann nicht meine dual seele sein es ist alles viel zu schwierig er oder sie macht gar nicht voran wir haben fast keinen kontakt es ist immer nur schwierig und anstrengend wir sehen uns so gut wie nicht und wenn dann ist es auch nicht so optimal und er oder sie verlässt die familie nicht und 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 es gibt so viele gründe warum diese ganz spezielle seelenbegegnung am anfang und auch im laufe der zeit nicht unbedingt schneller einfacher wird oder in den gang kommen sie in den fluss kommt immer so schön sagt sondern es sich irgendwie dahin schleppt und man so eher den eindruck hat ja das geht so überhaupt wenn nur im millimetertempo voran anscheinend aber auch gar nicht voran und dann ist der verstand der dann irgendwann sagt nee das kann es nicht sein das kann nicht die dual seele sein weil wenn dann wäre das doch schon alles ganz anders was natürlich nicht so unbedingt die wahrheit ist die wahrheit ist wenn man es mal einfach faktisch betrachtet du bist einem mann oder einer frau begegnet die dich sehr stark im innersten deiner seele berührt hat und immer noch berührt mit der du oder mit dem du eine sehr sehr innige verbindung hast die auch auf telepathischer ebene immer und wieder auftaucht und du dinge spürst die gar nicht dein sind du energien spürst die du denkst wo kommt das jetzt wieder her und auch wenn ihr euch tagelang wochelang oder monatelang nicht gesehen habt und dann ihr euch wieder seht es sofort so sich anfühlt als ob ihr niemals getrennt gewesen wäret so wie am allerersten mal als ihr euch begegnet zeit wenn du genau diese empfindungen hast diese starke verbindung diese tiefe verbundene liebe dieses gefühl du bist ständig mit ihm oder ihr in gewisser weise in verbindung in einer art telepathischen verbindung und du nicht weiterkommst dann heißt das nicht zwangsläufig du bist einem irrtum aufgesessen oder du hast dich getäuscht das heißt einfach nur momentan stehen wohl noch aufgaben an die du oder die er oder sie noch nicht angeschaut haben noch nicht gelöst und gemeistert haben und aus dem grund geht es einfach momentan nicht richtig voran was dann aber passiert wenn dieser gedanke auftaucht dass ich so in dein gehirn geschlichen hat erst leise dann immer lauter immer vehementer dass du dann plötzlich in allem zu zweifeln beginnst und dir sagst nee ich muss da weg ich beende es es muss ein ende haben ich will da raus ich will es einfach nicht mehr spüren ich will diese energie nicht mehr haben ich wünschte wir werden uns nie begegnet das wird doch alles nie wieder etwas und dann redest du mit anderen drüber mit menschen die davon keine ahnung haben die es auch nicht verstehen können und dann wird die sache noch viel viel schlimmer weil dann kommen so aussagen wie ja dann löst dich doch von dem oder derjenigen die ist doch eh nicht gut für dich du hast doch was besseres verdient ja das ist doch ganz einfach du gehst einfach woanders hin lernst eine andere frau kann einen anderen mann kennen und dann ist alles gut ja und dann machst du das auch und gehst raus und lernst andere menschen kennen andere männer andere frauen und es passiert einfach nix die sind nett die sind süß die sind lieb die mögen vielleicht sogar die besseren eigenschaften noch haben wie dein seelenpartner weil immer da wollen mit einer beziehung leben wollen dich hofieren dich wie eine königin und sind immer will ich auch der retter in der not und sie wollen mir die tatsächlich eine beziehung eine partnerschaft leben und doch in dir ist nicht die das ja du spürst da nicht das ja du kannst dich da nicht drauf einlassen weil es ist einfach nicht das gleiche was du bisher erlebt hast mit deinem seelenpartner du als seele vorher da ist einfach keine möglichkeit diesen schritt zu tun und wenn du ihn dann doch getan haben solltest was ja öfters da passiert du dann doch in eine beziehung rein begibst denkst naja besser das wie gar nichts geht es meistens auch nicht lange gut oder du verharrst dann wieder unglücklich in dieser neuen beziehung und denkst immer wieder an den anderen an die andere zurück ja wie schön wäre es doch wenn 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 und so weiter und so weiter wenn du also möglicherweise gerade genau an diesem punkt bist dass du alles in zweifel ziehst und nicht weißt ob das was du fühlst wirklich stimmt oder richtig ist oder ob du dich getäuscht hast dann nimm erst einmal abstand von dem gedanken dass du dich geirrt haben könntest sag einfach stopp zu diesem gedanken und schau mal bei dir genauer hin und betrachte genauer warum du momentan dies denkst dass du dich getäuscht hast warum du momentan einer dies derarten unguten stimmung bist in einer art verzweiflung eine art trauer oder frustration und wut und ärger weil natürlich ist diese lernbegegnung die dann anfängt wenn dein seelenpartner dir sozusagen präsentiert wird nicht zu ende nur weil du jetzt dazu keine lust mehr hast und es dir zu anstrengend wird und du denkst naja bringt nichts lass mal jetzt genau erst beginnt die eigentliche aufgabe weil solange es noch einigermaßen gut läuft und du damit ganz zufrieden bist wie es ist dass ihr euch ab und zu seht und dann wieder mal nicht und alles ist erstmal gut du willst ja auch momentan nicht so richtig binden aber nö alles alles wunderbar ihr habt viel spaß und freude miteinander da ist die aufgabe um die es da geht noch gar nicht so offensichtlich diese aufgabe wird erst dann so richtig dir bewusst werden wenn du genau in diesen zweifeln gelandet bist in dieser frustration dass es irgendwie nicht weiter geht und du nicht weißt was du tun kannst aber ich kann nur sagen herzlichen glückwunsch super das ist ein guter punkt um einmal klar sich zu machen um was es wahrhaftig bei dieser seelenbegegnung geht denn es ist nicht einfach ein sich treffen kennenlernen sich verlieben zusammen sehen und bis ans ende aller tage glücklich und verliebt und zufrieden zusammen zu leben das ist ein wunschtraum den ich weiß nicht wer woher dieser wunschtraum kommt also nach meiner erfahrung ist das eine illusion der wir menschen scheinbar öfters als nur einmal im leben unterliegen dass wir glauben dass in einer beziehung es nichts zu tun gäbe sondern dass wir einfach einmal einen menschen treffen uns verlieben und dann die liebe für ewig bleibt Fakt ist aber dass es eine reine illusion ist das hast du auch in früheren beziehungen genauso erlebt es war am anfang schön und dann wurde es weniger schön und dann war das herausfordernder und dann wurde es noch schlimmer und dann wurde es richtig heftig und dann hast du dich getrennt oder du wurdest verlassen eins von beidem ist passiert oder du hattest euch gegenseitig im Einvernehmen getrennt wie es dann so schön heißt ja wir haben erkannt dass es nicht passt und dass wir uns deswegen jetzt trennen werden im beiderseitigem Einverständnis nett formuliert für eine Sache die im Grunde heißt ja wir haben es wieder mal nicht geschafft den anderen so wie er ist zu akzeptieren zu lieben zu wertschätzen und genauso mich selbst in dieser Beziehung zu lieben und zu wertschätzen und mich geliebt und gewertschätzt zu fühlen das ist der Fakt und wenn du nun deiner Dualseele deinem Seelenpartner begegnet bist hast du diese Aufgabe immer noch und genau darum geht es weiterhin nur unter etwas anderen Bedingungen weil diese Bedingungen sind etwas härter als die die du vorher hattest vorher konntest du dich nämlich sehr wohl von so einem Mann oder Frau trennen da gab es zwar ein bisschen Liebeskummer Trennungsschmerz Verlustängste aber so nach einiger Zeit war das alles wieder wunderbar abgeheilt und der nächste die nächste stand schon wieder in den Startlöchern und neues Liebe neues Glück neues Spiel neues Glück ja bis zum nächsten Flop der garantiert kam garantiert denn sonst wärst du ja nicht deiner Dualseele begegnet und nun ist es an der Zeit dass du dir einfach mal ehrlich eingestehst dass du halt immer noch nicht wirklich in der absoluten Selbstliebe angekommen bist in der wirklichen wahrhaftigen Möglichkeit endlich mal erfüllt und glücklich dich mit einem anderen Menschen in einer Beziehung Zweierbeziehung zu leben und dich dabei noch geliebt und gewertschätzt und angenommen fühlen das ist der Fakt wobei ein Punkt ist hier vollkommen anders als du es jemals vorher hattest zum einen kannst du dich nicht ohne weiteres lösen und zwar und zwar aus dem Grund weil diese Verbindung eine viel 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 innigere und tiefere ist als du es jemals zuvor erlebt hast und genau aus diesem Grund fällt es dir schwer absolut loszulassen und den anderen die andere genau dort sein zu lassen wo er oder sie gerade steht und dich dann nur um dich selbst zu kümmern und um deinen Weg erst einmal dir zu bereiten in die Selbstliebe zu gelangen alles was dich davon abhält aufzulösen abzutrennen von dir dieses Programm ich bin es nicht wert ich werde eh nicht geliebt auf den Mann oder die Frau kann ich mich eh nicht verlassen sind alle Egoisten oder was auch immer du gerade in deinem Erleben gerade spürst oder in deinem Leben oft erlebt hast genau darum geht es ja schließlich es geht darum dass alles was du bislang glaubst zu sein oder was dir zusteht oder nicht zusteht erstmal zu überprüfen wo das herkommt warum ist das so warum erlebst du immer wieder die gleichen schlechten in Anführungszeichen Erfahrungen in Beziehungen und warum hast du nicht die Fülle und das Glück und den Erfolg in deinem Leben den du gerne hättest woran liegt das im Grunde liegt es ja an deinem Denken am bewussten und am allermeisten am unbewussten Denken und es liegt daran dass du als Kind eben eine gewisse Erziehung erhalten hast eine Programmierung wie ich es auch nenne da wurden Glaubensstrukturen in dich integriert nach denen du heute eben noch lebst und die du jetzt erstmal auf den Prüfstand zu stellen hast und zu prüfen hast ja passt das noch für mich will ich das will ich es nicht wenn ich es nicht möchte gebe ich es weg und ersetze es durch ein neues für mich heute stimmigeres Programm oder Glaubensstruktur zudem kommen noch dazu dass wir auch über die Ahnenreihe in unserer Zellebene noch Informationen haben wie wir zu sein haben als Mann oder als Frau oder wie die Welt gestrickt ist wie das mit dem Geld ist oder wie das mit den Beziehungen ist und so weiter das kommt erschwerend auch noch dazu weil deine Eltern haben natürlich auch wiederum ihre Erziehung erhalten von deren Eltern und deren Eltern haben wieder von deren und dann geht es immer weiter zurück klar logisch und das ist eine never ending Geschichte sozusagen und es wird wieder vererbt auf die nächste Generation es sei denn dass du endlich einen Stopp rein haust und sagst nein warte mal also da mache ich jetzt nicht mehr mit also mit diesem Spiel mache ich jetzt ein für allemal Schluss da hört der Spaß jetzt für mich auf und wenn du an dem Punkt ankommst super wenn du an dem Punkt nicht ankommst auch super dann dauert es eben einfach ein bisschen länger bis du es erkennst dass es im Endeffekt genau darum geht dass du alles was in dir läuft und du noch nicht genau erkannt hast du erst einmal ergründest und das hat natürlich mit Arbeit zu tun und mit bei sich genauer hinschauen und zwar erst mal bei sich selbst genauer hinschauen meistens ist hier das ganze anders geartet dass du beim anderen bei der oder der der oder dem anderen genauer hinschaust ja eh oder sie müsste ja mal dann würde es ja mir ja viel besser gehen Problem ist nur der oder die andere ändert das nicht unbedingt nein 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 das heißt wenn du es nicht änderst für dich dein Leben veränderst deine Programme veränderst deine Ausstrahlung veränderst wird das gesamte Seelenpartner Entwicklungs Beziehungsdrama noch einige Zeit länger andauern müssen wobei es nicht nötig wäre es könnte auch schnell gehen wobei Zeit ist ja wirklich relativ für die Seele für den Menschen natürlich nicht so aber für die Seele ist es relativ relativ wie lange es dauert sie will einfach vorankommen wachsen und sich entwickeln und das willst du letztendlich auch und du willst ankommen bei dir in der Liebe im wahren wahrhaftigen Sein und im Glück und dein Seelenpartner deine Seelenpartnerin ist dafür der beste Spiegelpartner den du dir überhaupt vorstellen kannst weil er oder sie genau immer auf die richtigen Punkte drauf drückt und du dann wieder mal spürst dass da noch etwas ist das sich jetzt gar nicht so gut anfühlt um es mal milde auszudrücken sondern um es krass zu sagen es brutal weh tut und diese Erkenntnis ist eine gute Erkenntnis weil solange es noch weh tut solange du noch in dir Schmerz spürst und er oder sie etwas auslösen kann in dir durch etwas was gemacht oder nicht gemacht wird gesagt oder nicht gesagt wird solange hast du noch eine Aufgabe und zwar genau mit dir selbst und mit sonst niemandem also mache dich doch einfach wieder auf den Weg ergründe deine Glaubensstrukturen sei achtsam und bewusst was du sagst denkst tust wie du dich verhältst wenn etwas im Außen geschieht wenn er oder sie etwas macht und wenn du erkannt hast um was es geht dann tauche in die Tiefe hinein in dein Unterbewusstes in deine Kindheit und erkenne was genau für ein Programm nun schon wieder aktiv ist ich werde nicht gehört ich bin nicht wichtig ich werde nicht geliebt ich muss mich anstrengen ich muss immer um Liebe kämpfen auch Geld ist nicht wichtig wer Geld hat der hat die Macht am Geld erkennst du den Charakter das Leben ist schwer ich muss immer alles alleine machen und vieles mehr und sobald du das erkannt hast anerkennen dass es noch da ist loslösen abgeben und neu programmieren alles ist leicht ich lebe in Fülle das Leben ist wunderbar ich liebe und werde geliebt und so weiter also Zweifel Zweifel ist super weil wenn du die Zweifel hast dann kannst du anfangen zu ergründen warum du die Zweifel hast und damit bist du wieder bei dir und im Grunde geht es immer um dich es geht immer in erster Linie um dich und erst in zweiter Linie um deinen Seelenpartner und darum ist die Frage ob es eine Dualseele ist oder nur ein Seelenpartner überhaupt gar nicht so relevant zumindest nicht um aus allen alten Glaubensstrukturen und Programmen auszusteigen ist es überhaupt nicht wichtig vielleicht mag es für das Ego wichtig sein oder für den Verstand aber für die Aufgabe ist es völlig unrelevant Fakt ist da ist jemand der mit dir eng verbunden ist Fakt ist du kommst nicht raus Fakt ist schau bei dir hin und dann kommst du garantiert weiter und das wünsche ich dir von ganzem Herzen dass du weiter kommst dass du genau hinschaust dass du auch nicht aufgibst wenn es mal schwerer wird und du wieder sehr stark im Selbstzweifel steckst in der Wut der Frustration im Opferdenken und wo auch immer du gerade vielleicht stecken magst sondern du sagst dir okay ich bin jetzt gerade da da gehe ich weiter und ich werde es schaffen ich werde alles schaffen was ich mir vornehme weil du bist der Schöpfer deiner Welt also nutze auch endlich mal deine Schöpferkraft um diese Welt dir zu erschaffen in der du glücklich erfüllt und zufrieden leben kannst mit oder ohne Seelenpartner und weil du dann an dem Punkt angekommen bist dass du auch ohne deinen Seelenpartner leben könntest wirst du möglicherweise oder vielleicht sogar mit Sicherheit erleben dass du nicht alleine leben wirst ich wünsche dir alles alles Liebe auf deinem Weg komm gut weiter voran bleib an den Themen und bleib vor allem bei dir Namaste ich grüße das göttliche Licht in dir und schick dir liebe Grüße und alle meine besten Wünsche auf deinen Weg damit du gut vorankommst ich sag erst einmal Tschüss bis zu einem weiteren Video deine Helga bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal